Konnichiwa! So hast du alles schönes. Rolls Royce würde ich ja gerne nehmen. Midas. Rundschaft freigeschaltet. Wow, sieht nice aus. Aber da wir schon hier sind, hätte ich gerne noch ein anderes Auto. Gönnen Sie sich etwas. Es ist immer gut, um einen Freundeskreis zu holen. Halt mich, wenn du etwas anderes brauchst. Gönnen Sie sich etwas. Okay, warte. 400.000 haben wir jetzt noch. Ja, dann warte ich lieber. Nochmals ein bisschen. Ich glaube, man könnte ja auch irgendwo noch Stuff für die Wohnungen kaufen. Aber ich weiss nicht genau wo. Wahrscheinlich irgendwo an den Märkten. Schätze ich mal. Ja, wahrscheinlich. Müsste ich ein anderes Mal noch etwas anschauen. Genauer anschauen. Wie, wo, was. Aber schönes Auto hier. Einen fetten Rolls Royce. Musik Was ist das? Sicherlich, komm steig in mein Rolls Royce ein. Nicht mein Schöner Rolls! So. Hey! What? I... My mirrors? That's all! Then they jumped me and I think I might have broken some guy's legs. I don't know what his big problem is. Whatever, they're assholes. 18 fucking K. We'll get them some other time. Come schon. Ja, die werden wir los. Die werden wir jetzt auch los. Jetzt aber hoffentlich. Immer noch nicht. So muss ich eigentlich alles übernehmen und du machst gar nichts. Ja, danke, dass mein Auto so zerstört wurde. Ja, du schuldest mir was. 2000 hat sich nicht gelohnt. Schade, jetzt ist sie schon weg. Ich hätte ihm gerne eine Kugel verpasst. Markierten Drift GT finden. Intensivpflege. Drogenratzer. Erstmal dorthin. Drogenratzer. Dann läuft es halt gar nichts Gutes im Radio. Schon besser. Ja gut, das passt auch. Oh man. Ja gut, das passt auch. Ja gut, das passt auch. Ja gut, das passt auch. Headshot. 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 Headshot Das war's Ziemlich einfach Und Das haben wir auch schon gehackt Yes Da waren bloß auch die Leute Dann können wir hier dieses Fahrzeug stehlen Progress Das heißt das Zauberwort Hallo Ich brauche dein Auto Fahrzeug in die Trance Garage bringen Aber sicher doch Ah nee Hier ist wieder die eine Statue Die ich nicht bekommen kann Nervt mich ja immer etwas Das war's 86.000 Junge Nice Hast du eigentlich andere Fahrzeuge? Oder die gleichen? Nein du hast andere Spannend Gut Die haben wir Die haben wir auch Hier oben Ja dann Let's go Auf zu Intensivpflege Wahrscheinlich wieder ins Krankenhaus Das schätze ich mal Zu Onkel Po Kann man eigentlich Diese Busse auch stehlen? Muss ich kurz austesten Sorry Leute Ja gut Du stehst jetzt gerade Ziemlich beschissen Dann halt nicht Ich komme gleich Danke Mal schauen Was uns hier erwartet Sind du ernst Warte Geh runter Jesus Ricky Was ist passiert? Das ist die 18K Sie sind alle im verdammten Platz Sie versuchen Onkel Po Shit Shit Nicht auch noch Ihn umbringen Go 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 Fuck Nice look Hier haben sie aufgeräumt Wie es aussieht Bei der Hochzeit Okay Das war jetzt Nichts Wirklich Schwierig What Really Das war jetzt Fuck Drei Schüsse. Fuck. Ah, das nächste Gemetzel. Und das in einem Krankenhaus. Los, lauf weg! Rennen! Fuck. Fuuuck. Was ist die hier anstellen? Rennen. H-h-h-h-h-h-h! K-h-h-h-h! Kopfschuss, Kopfschüsse geben viele Triadenpunkte. Oh! Oh! Boah, Junge, Junge, 18k, machen von nichts halt. Junge, wollt ihr das Krankenhaus in Brand stecken, oder was? Wahrscheinlich schon, ne? Gibt's hier irgendwo was Spannendes, Geld, oder irgendwie eine Statue, oder irgendwas? Wahrscheinlich nicht unbedingt, aber man kann's ja versuchen. Okay, hier kommt man gar nicht rein. Hier ist auch absolut gar nichts. Da ist das Zimmer. Aber da wir schon hier sind, und man hier nie mehr wieder hinkommt... Gute Beleuchtung hier. Gute. Gute. Woh-woh-woh-woh! 18k shut off the power. Uncle Po is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of you. I got you covered. Excuse me! I'm in my life. Woh! Fuck! I'm in my life! Fuck?! Fuck! 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 Hallo, alles gut? Oh ne, komm schon. Okay, gut. Okay, okay, ich komme zurück. Warte, gib mir eine Hand. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Ich weiß, die Waffe hat nicht viel sicher. Wie die anderen. Hey, Leute, es ist nicht okay. Mehr von ihnen, hier. Ich habe dich verabschiedet. Typ mit seiner Schrotflinte. Wie ist das? Sie kommen in behind us. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich komm gleich wieder Ungeschickt, Junge Mach doch das nicht Los, lad schon nach Alter Was für ein Gemetzel Ja Gute Frage Und wie immer wieder abhauen von den Cubs Ist ja klar Vier Sterne Können wir da einfach aus Fahren No Fuck Ja, nice Ich glaub das war ein Reifen Okay, ich muss Schiessen Schausschütze Geht ja nicht anders Ich muss jetzt auch Schaden machen Dann kann ich die doch einfach weg Ausfahren Nee, kann ich nicht Gut 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 Die Polizei ist gekommen Ich hab WTF Ich hatte kein Fadenkreuz Jetzt hab ich gar keine Waffe Auch gut Ich muss einfach irgendwie entkommen Wird schon funktionieren Ich denke, wir sind jetzt Okay, gut Ich bin froh, dass du hier bist, Wei Ich bin froh, dass du hier bist Ich bin froh, dass du hier bist Und ich habe in der Okay, haben wir geschafft. Schau, ich werde dich hier verbrechen. Die Gäste können den Platz sehen. Hey Ricky, schau dich fest. Es gibt nicht so viele gute Leute in diesem Spiel. Okay, okay, sehen Sie. Tschüss. Wir müssen mal ein Outfit anziehen, damit wir dort ein bisschen mehr Punkte kriegen. Bis zum nächsten Mal.